Ich habe mal wieder genau das passende Auto für dich. Komm mal mit! Wir haben hier einmal einen Hyundai i30 N-Line als 1.4er TGDI Benziner mit einem Automatikgetriebe. Er ist 60.000 Kilometer gelaufen, aus 2020, mit LED-Scheinwerfern und ansonsten auch sehr, sehr gut ausgestattet. Das Fahrzeug ist unfallfrei und aus erster Hand. Jetzt zeigen wir euch ein paar kleine Einblicke von dem Fahrzeug. Den Preis zum Fahrzeug findet ihr wieder in den Kommentaren. Macht jetzt das Plus weg und lasst ein Like da für weitere solche Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.